Wenn ich mir überlege, dass wir jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg uns immer wieder gesagt haben, niemals deutsche Waffen im Ausland, niemals deutsche Soldaten im Ausland, wo sind die Friedensbewegten denn? Alles plötzlich wieder kriegsgeil. Die Amerikaner werden die Zinsen deutlich anziehen, massiv anziehen. Das wird in China den Stecker ziehen. Das wird in China zu diesem Zusammenbruch des Immobiliensektors und weiterer Bereiche führen. Sie werden voll von der Zinsbremse gehen. Sie werden die Zinsen wieder Richtung Null senken. Sie werden massiv Geld in die Märkte pumpen. Das wird die Inflation durch die Decke schießen. Die amerikanische Regierung kann sich derzeit verschulden, so viel sie will, weil sie wird es sowieso nicht zurückzahlen müssen. Und sie wissen, in ein paar Jahren wird das Ding weginflationiert und wir reden eh über neue Gelder. Also können wir dieses Spiel jetzt machen, dass es eben um diesen Konflikt mit China geht. Und der ist ja alles entscheidend. Da geht es um die Weltherrschaft für die nächsten Jahrzehnte. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute Dirk Müller zum mittlerweile dritten Mal auf unserem YouTube-Kanal. Und ich freue mich riesig, Dirk, heute mit dir über die aktuelle Geopolitik, über die Märkte. Im Finanzumfeld auch China und vor allem das Zinsumfeld zu sprechen. Und wie du es eigentlich geschafft hast, trotz der ganzen Spannungen in die Gelassenheit zu finden. Ich glaube, die Frage stellen sich gerade viele. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Dominik. Vielen Dank. Macht immer Freude. Mir auch, absolut. Wir haben ja gerade ernste Themen und trotzdem schaffst du es dann irgendwie gelassen zu bleiben. Das war ja so ein bisschen mein Aufhänger im Vorgespräch. Die NATO-Botentruppen in der Ukraine sind gerade aus Sicht Frankreichs kurz davor entsendet zu werden. Man spricht darüber, dass sogar schon westliche Streitkräfte in der Ukraine aktiv sind, dass die Briten dort sind. Da braut sich was zusammen. Und wie gefährlich ist für dich diese ganze Situation? Wie ernst nimmst du das Ganze auch aus Sicht als Vormänager, als Investor, als Familienmensch? Also gib mir mal deine Perspektiven dazu, bitte. Also für mich hat das eigentlich eine ausschließlich menschliche Komponente. Die wirtschaftliche, finanzielle ist mir dabei ehrlich gesagt scheißegal in dem Zusammenhang. Weil wir reden hier über einen möglichen Dritten Weltkrieg. Wir reden hier darüber, dass wir hier wieder mal in schlafwandlerischer Form Schritt für Schritt immer wieder einem Dritten Weltkrieg näher rücken. Und selbst wenn es kein Weltkrieg ist, es ist ein Krieg, der hier in Mitteleuropa stattfindet, sich immer weiter eskaliert und offenkundig noch sich nicht andeutet, dass das in die andere Richtung geht, nämlich in Richtung Frieden. Und das ist etwas, was eine Sorge machen muss. Und da kann alles andere, die Fragen um Finanzen und um Auswirkungen auf Märkte oder Börsen nur hinten anstehen, wenn es um die Frage von Krieg und Frieden und Leben und Tod für Hunderttausende von Menschen geht. Und deswegen, ja, natürlich macht mir das Gedanken, natürlich beobachte ich das sehr genau. Und ich erinnere mich, dass wir 2014, als es die Maidan-Geschichte gab, als es die Krim-Geschichte gab, als es in der Ostukraine schon zur Sache ging, in der Montagsgesellschaft eine offene Diskussionsrunde öffentlich zugänglich hatten mit Willi Wimmer und einem Professor aus Russland und einem Professor aus den USA. Und wir haben damals intensiv gesprochen und gesagt, das ist ein Wahnsinn, was hier passiert. Wir laufen sehenden Auges auf einen militärischen Konflikt mit Russland zu und auf einen möglichen Dritten Weltkrieg. Und das war 2014 absehbar. Und seitdem haben wir nichts unternommen, um das zu verhindern, sondern haben die Spirale wie auf Schienen weitergeführt. Und wir sind an dem Punkt, wo wir heute sind. Es ist nicht der böse Amerikaner, es ist nicht der böse Russe, es ist nicht der böse Dies oder Jenes. Es ist ein Zusammenspiel, wie wir es in der Geschichte immer haben, von machtgierigen Menschen und Gruppierungen, die alles tun, um ihre Macht zu erhalten, zu erweitern und anderen Macht abzunehmen. Und die Menschen darunter werden wie immer, wie seit Jahrtausenden, gegeneinander gehetzt und manipuliert und hassen sich dann auf dem Schlachtfeld und sonst was. Die hatten sonst nie ein Problem miteinander und werden dann instrumentalisiert, um die Machtspielchen ganz oben entsprechend dann unten auszukämpfen. Und das gilt für beide Seiten. Das heißt, ich wähle weder die Amerikaner noch die Russen noch sonst wen den Schutz, sondern es geht schlichtweg am Ende um jene, die Macht ausüben und jene, über die Macht ausgeübt wird. Und ich hoffe intensiv, dass wir dem Frieden eine Chance geben, dass Verhandlungen geführt werden. Und wenn ich heute sehe, dass unsere jungen Politiker, die offenkundig nicht wissen, was Krieg heißt, sonst würden sie anders reagieren, das ist die große Gefahr dieser Tage. Denn unter alten Politikern wie Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, unter Helmut Schmidt wäre das in der Form aus meiner Sicht ganz anders gelaufen. Die hätten nächtelang durchverhandelt und die hätten keine Stunde geruht, nicht zu versuchen, irgendwie auf einem Verhandlungswege sofort eine Beendigung, ein Einfrieren des Konfliktes zu erreichen, um eine Verhandlungslösung zu bekommen. Weil die noch wussten, was Krieg ist. Sie haben ihn selbst erlebt. Sie wissen, was es heißt, Bombennächte zu erleben, die hungernde Familie zu haben und so weiter. Und deshalb wussten die, und das war der Grund, warum Europa sich zusammengeschlossen hat, weil diese Männer, diese Menschen damals wussten, was für ein Horrorkrieg bedeutet und deshalb alle Egoismen überwunden haben, um in irgendeiner Form Frieden für die Zukunft zu gestalten. Und jetzt haben wir leider, muss man sagen, Politiker an der Macht, die das nicht mehr erlebt haben, die das nur noch aus Geschichtsbüchern kennen, aus Videospielen, aus Hollywoodstreifen, die das nicht nachvollziehen können, diese Angst und was da in einem Menschen passiert und die das aus der Ferne beobachten und die leichtfertig sagen, dann muss eben weitergekämpft werden, Verhandlungen dürfen nicht geführt werden. Das wäre ein Satz, da wird sich Hans-Dietrich Genscher aus allen Parteien, die Altvorderen drehen, sich rotieren im Grab, wenn sie von ihren jungen Nachfolgern Sätze hören, wie es darf nicht verhandelt werden. Und ich glaube, wir sollten alles, jeder von uns sollte alles dafür tun, dem Frieden das Wort zu reden. Nicht gegen den Krieg zu sein, sondern für den Frieden zu sein. Und das ist das Allerwichtigste. Ich war vor einem Dreivierteljahr in Schweden und habe das Haus von Astrid Lindgren besucht. Und Astrid Lindgren war damals im Zweiten Weltkrieg auch sehr, sehr stark betroffen von den Kriegshandlungen. Und sie hat in ihren späten Jahren, hat sie einen Satz gesagt, der war relativ am Ende dieses Lindgren-Museums und der hat mich tief beeindruckt. Sie sagte, sollte Schweden noch irgendwann in der Zukunft Gefahr laufen, in einen Krieg involviert zu werden, werde ich auf Knien nach Stockholm robben und die Regierung anflehen, das zu verhindern. Und ich glaube, diese Botschaft zu sagen, wir sollten ernst nehmen, was da auf uns zukommt, welche Gefahr dort besteht. Und wir sollten alles, jeder von uns in seiner Macht stehende tun, dem Frieden das Wort zu reden, für Verhandlungen zu sein. Und das ist meine Botschaft. Und wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, dann klicke jetzt hier unter diesem Video auf den Link und melde dich zu meinem Live-Online-Seminar am 17. April um 19 Uhr an. Dort erfährst du, wie du dein Geld krisensicher machst. Ich habe dort zwei spannende Gäste, Ernst Wolf und einen Überraschungsgast. Auch diese beiden werden mit ihren Gastvorträgen ganz konkrete Lösungsansätze präsentieren. Hier ist der Link. Wir sehen uns. Ich freue mich. Ja, ich erinnere mich dann in dem Zusammenhang mal an die Botschaft des deutschen Wirtschaftsministers, der dann bei Maischberger erst kürzlich sagte, auch um zu zitieren, ich muss da nicht kämpfen in diesem Krieg und ich werde auch nicht sterben. Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben. Mit dieser Rhetorik fühlen sich natürlich auch viele Menschen angestachelt und viele Menschen spüren überhaupt nicht die Botschaft dieser Regierung. Jetzt sagst du, es ist wichtig, dass wir alle an Frieden glauben. Da bin ich fest bei dir und auch fest für den Frieden einstehen. Doch wie geht dieses Signal nach oben durch, damit nicht genau derartige Rhetorik, die jetzt hier in den Medien als Kriegsrhetorik propagiert wird, das ist, was sich auch auf den Rest der Welt nach außen tragen lässt? Ja, diese Frage wird dir niemand beantworten können. Das kann nur jeder für sich erstmal die Entscheidung treffen. Auf welche Seite positioniert es sich? Für den Frieden idealerweise und nicht für den Krieg. Und das bedeutet, dass ich überall, wo ich die Möglichkeit habe, mich für den Frieden ausspreche, dass ich dem Frieden das Wort rede und mir auch nicht den Mund verbieten lasse, dass das den Gegner das Wort rede, dass das dem Putin hilft. Es ist mir vollkommen egal, wem es hilft, wenn Frieden ist. Ich will Frieden. Und jeder Mensch, der stirbt, ist einer zu viel. Jedes Leben, das hier gelassen wird, ist ein Leben zu viel. Vollkommen egal, auf welcher Seite. Es sind alles Menschen. Es sind Frauen. Es sind Kinder ihrer Väter und Mütter, egal wo. Und das Sterben muss enden. Und alles, was dem Frieden dient, ist hilfreich und ist zu bevorzugen. Und ich werde meins tun. Ich werde überall da, wo ich die Möglichkeit habe, genau das sagen. Und werde mir den nicht den Mund verbieten lassen. Und jede Kriegstreiberei und jeder, der was anderes sagt, dem möchte ich widersprechen. Ich respektiere ihn. Ich respektiere diese Sichtweisen. Aber ich werde meins tun, wieder Wort zu geben und zu sagen, nein, ich sehe das anders. Und ich habe meine Gründe, das so zu sehen. Und ich kann jeden nur aufrufen, das ebenfalls zu tun. Und wo immer er die Möglichkeit hat, im Kleinen, im Freundeskreis, im familiären Umfeld, wenn der Nachbar wieder mal wettert, wir müssten doch endlich was weiß ich für Fahrten zerschicken oder für Waffen schicken oder, oder, zu sagen, nein, ich sehe es anders. Einfach seinen Teil dazu beizutragen, für den Frieden zu sein. Und mehr können wir derzeit auch nicht tun. Ich werde definitiv in keinem Krieg kämpfen. Vollkommen egal. Dann sollen sie mich wegsperren, sollen mich erschießen. Aber ich werde nicht zur Waffe greifen und werde keinen Krieg führen. Ich werde mich nicht zu Mörder machen lassen. Und da mögen die Kriegstrommeln der Regierung, der Medien noch so trommeln. Und dann, so wie wir es seit Jahrhunderten immer wieder sehen, dann ist das ein Vaterlandsverräter, dann ist das dies, dann ist das jenes, dann ist der Wehrkraft zersetzend und so weiter. Nein, nein, ich bin einfach friedensliebend. Und ich kann nur viele aufrufen, das ähnlich zu sehen und gleich die Botschaft an die Regierung zu sagen, falls sie mich einplant, nehmt mich gleich mal aus der Planung. Ich wäre nicht dabei. Dann bitte die deutsche Regierung, außer Herrn Müller und so weiter und so weiter. Also Spaß beiseite, so eben bei all diesen Trinken, bei den Themen. Aber einfach zu sagen, nee, Freunde, ich mache da nicht mit. Meine Söhne und mich, mich kriegt ihr nicht. Ich hatte gestern Abend ein Live-Event, da habe ich ein Video zugespielt bekommen von einem Zuschauer. Da ging es darum, dass Anton Hofreiter bei Lanz, ich schaue mir das ja nicht an, aber wir bekommen die Inhalte dann ab und an in Kurzform, ganz deutlich sagt, wir sollten jetzt alles in unserer Macht Stehende tun, nahezu alle Waffen, die Deutschland hat, in die Ukraine zu schicken und am besten alle Marschflugkörper, alle Panzer, alles zu nutzen. Wie kann denn eine Antikriegspartei zu einer Kriegspartei werden, die ja meiner Meinung nach die größte Kriegsteiberpartei ist, die wir gerade in Deutschland sehen. Und hinsichtlich dieser ganzen Konflikte, die drumherum entstehen, ist das ja noch viel gefährlicher. Wir haben den Balkankonflikt, dann wird immer wieder mit dem Zünglein an der Waage im Taiwan-Konflikt so ein bisschen gegen China provoziert. Kann man das mit dieser Geisteshaltung, die du auch hier annimmst und die ich auch wirklich toll finde, zu sagen, wir stehen für Krieg, Stand for Peace, kann man das deiner Meinung nach damit harmonisieren oder glaubst du, die werden sich auf diesem Weg nicht bremsen lassen? Ich weiß es nicht, ob sie sich bremsen lassen, aber ich weiß auch nicht, was sonst zu tun wäre. Ich habe eine sehr stoische Haltung zu vielem. Ich bringe meinen Teil ein, ich kritisiere und ich lasse mich dabei auch überhaupt nicht irgendwie einbremsen oder sonst irgendwas. Ich sage das so, wie ich das sehe. Der Kaiser hat keine Kleider an und das sage ich. Andererseits werde ich Dinge auch nicht aufhalten können, wenn sie denn passieren. Ich werde sie nun mal nicht verhindern können und dann werde ich damit leben müssen, meinen Weg damit finden müssen, damit umzugehen. Das ist nun mal so mit allem im Leben. Aber trotzdem werde ich versuchen, meinen Teil im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, beizutragen, dass es nicht dazu kommt. Wenn das am Ende nicht reicht, dann ist das so. Auch damit werde ich leben müssen. Aber ja, die Fragen, die du aufwirfst, sind vollkommen berechtigt. Wie kann das sein? Die Frage steht im Raum. Und wenn man an die Geschichte der Grünen Partei denkt, an die Friedenspartei, die Friedensbewegung, wo sind denn die Oster, ich weiß nicht, es sind große Osterdemonstrationen angekündigt. Ich habe es nicht mitbekommen zumindest. Wo sind die Friedensbewegten denn? Was ist daraus geworden? Alles plötzlich wieder kriegsgeil. Wenn ich mir überlege, dass wir jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg uns immer wieder gesagt haben, niemals deutsche Waffen im Ausland, niemals deutsche Soldaten im Ausland. Nur Deutschland steht für alle Zeit der Zukunft für Frieden und für Verständigung, für Verhandlungen. Wir haben eine Scheckbuchdiplomatie gemacht, während andere gekämpft haben. Wir haben versucht zu verhandeln und haben versucht, irgendwie die Leute zusammenzubringen hinter den Kulissen, Genscher und Co. Das ist alles nicht mehr Thema. Plötzlich sind wir kriegsgeifernd und in den Medien haben jene, die am lautesten für noch mehr Waffen, für noch mehr Tod das Wort reden, haben die Stimme. Und der, der Frieden in den Mund nimmt, ist plötzlich ein schlimmer Mensch. Wie verrückt ist das? Jahrzehntelang war Frieden das Wort, das alle auf der Zunge gehabt haben in ihren Sonntagsreden. Plötzlich gilt es und du sagst Frieden und das Verräter, Verräter. Also das ist doch verrückt, wie schnell sich sowas dreht. Und in der Schule haben wir immer gedacht, Mensch, wie haben die das, wie ist das, wie waren die Leute so blöd im Ersten und Zweiten Weltkrieg und all die Jahrhunderte? Wieso haben die sich das erzählen lassen? Wieso haben die sich den Krieg hetzen lassen? Und plötzlich innerhalb von Monaten stehst du in der gleichen Situation, guckst dich um und sagst, so einfach ist das? So schnell geht das? Und das trotz dieser jahrzehntelangen Indoktrinierung der Bevölkerung, auf Frieden, auf Zurückhaltung, auf keinen Krieg mehr, trotzdem gelingt es so schnell, die Menschen wieder zu drehen. Ich finde das traurig und beeindruckend zugleich, aber so ist das Leben, so ist die Welt. Ja, und um den Blick auf der Welt etwas mehr in Richtung, noch mehr in Richtung Osten zu bringen, du hast ja schon vielleicht auch mal ein bisschen in die Finanzmärkte rein, du hast ja schon vor ungefähr zehn oder vor über zehn Jahren, habe ich mal recherchiert, vor den Platzen der Immobilienblase in China gewarnt und in der Tat ist der Immobilienkonzern Evergrande pleite, also der größte chinesische Immobilienkonzern, genauso Country Garden, einer der zwei größten, hat Zahlungsschwierigkeiten. Welche Konsequenzen wird denn auch so etwas auf die chinesische Wirtschaft, vielleicht auch auf die Weltwirtschaft haben? Sind das Kollateralschäden eines Systems, das zu lange mit Schulden aufgebläht wurde? Oder würdest du sagen, ist das ein ähnlicher Moment wie vielleicht sogar ein Lehman-Moment? Wie würdest du das einordnen? Also meine Aussage der letzten Jahre bleibt bestehen. Sie hat weiter Gültigkeit. China, gerade der Immobiliensektor, ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte in ihrer schieren Dimension. Und meine Aussage war all die Jahre, steigende US-Zinsen werden diese Blase zum Platzen bringen. Genau das, was wir erleben. Für mich sind die steigenden US-Zinsen im Wesentlichen das wesentliche Element, Krieg will ich es nicht nennen, aber das Konflikt des um die Vorherrschaft zwischen den USA und China auf wirtschaftlicher Ebene. Und die Amerikaner können mit diesen hohen Zinsen die Chinesen in größte Schwierigkeiten bringen und tun das auch. Wir sehen, dass das massive Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft hat, auf die chinesische Immobilienwirtschaft hat, auf die chinesischen Kapitalströme hat. Die Chinesen, ihre Immobilienblase war absolut an dem Kipp-Moment, an dem Minsky-Moment und war am Kippen. Und genau zu dem Zeitpunkt, genau zum richtigen Zeitpunkt reißen die Amerikaner die Zinsen hoch. Die Chinesen müssen sie eigentlich senken, müssten sie auch senken, um ihre Wirtschaft noch mal zu stabilisieren, tun sich aber damit unglaublich schwer, weil die hohen amerikanischen Zinsen einerseits, die niedrigen chinesischen Zinsen andererseits, führen nämlich zu genau dem Kapitalabfluss aus China. Abziehen von Kapital, während über vier Jahrzehnte Kapital nach China floss, weil es da Free Lunch gab, dreht sich das jetzt um. Die steigenden US-Zinsen machen nichts anderes, als diese Dynamik zu beschleunigen, noch mehr Geld aus China abzusaugen, was die chinesische Wirtschaft in noch größere Schwierigkeiten führt, zu dem chinesische Banken auch zu großem Maße inzwischen in US-Dollar verschuldet sind. Sie haben im Rahmen ihrer Belt and Road Initiative, also der neuen Seidenstraße, ganz, ganz viele Länder der dritten Welt, in Asien, in Afrika, mit US-Dollar-Krediten versorgt, um sie in ihren Einflussbereich zu ziehen. Und diese US-Dollar-Kredite können mit den hohen Zinsen jetzt eben diese Staaten auch gar nicht mehr refinanzieren, weil sie wirtschaftlich unter Druck sind, da die Weltwirtschaft gar nicht doll läuft, weil die Zinsen zu hoch sind, sie können sich kaum refinanzieren, fallen sukzessive mit ihren Zahlungen gegenüber den chinesischen Banken aus. Denen, die können keine Dollars nachdrucken, die kann nur die Amerikaner. Also im Moment hilft die chinesische Regierung diesen chinesischen Banken mit Dollarkrediten, aber auch denen geht das Geld sukzessive aus. Und nochmal, mit den hohen US-Zinsen wird immer mehr Geld eben aus China auch wieder abgesogen. Das heißt, Chinas Immobilienkrise ist, oder Immobilienblase, ist ein riesiger Tanker. Das ist kein kleines Ding. Je größer ein solches Problem ist, ein solcher Tanker ist, umso langsamer bewegt er sich, umso länger dauert es, bis da was passiert. Und China versucht die ganze Zeit, diesen Tanker zu stabilisieren. Aber die Amerikaner, je länger die Zinsen auf dem hohen Niveau sind, umso problematischer wird es für die Chinesen. Und meine Aussage gilt schon seit geraumer Zeit, die Amerikaner lassen die Zinsen so lange auf hohem Niveau, bis in China der Point of No Return erreicht ist, bis der Knackpunkt erreicht ist, an dem die Chinesen nicht mehr gegenhalten können. Dann werden die Amerikaner ratzfass die Zinsen massiv senken, um ihre eigene Wirtschaft weiter zu stabilisieren. Aber erst dann, wenn es für China zu spät ist, wenn die es nicht mehr einfangen können. Ob China darauf wieder, bevor es soweit kommt, mit einer militärischen Eskalation in Taiwan reagiert oder mit anderen Maßnahmen, kein Mensch kann das sagen. Also es bleibt eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und dieser Prozess geht über viele Jahre. Das ist ja auch etwas Spannendes, was wir beide über die lange Zeit an den Märkten durchaus auch schon gelernt haben. Wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, im positiven wie im negativen, das gilt dann auch für künstliche Intelligenz oder Internet und sowas, im positiven Sinne, man sieht künftige Entwicklungen, man sieht künftige Prozesse. Und im eigenen Mindset passiert das alles innerhalb von kürzester Zeit. Man meint, das müsste innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre passiert sein. Tatsächlich sind die Dynamiken auf internationaler Ebene und je größer die Systeme sind, umso langwieriger sind die auch, wenn du überlegst, dass ein Automobilhersteller in Deutschland zumindest lange Zeit so sieben Jahre brauchte, vom ersten Federstrich, bis das Auto auf der Straße war. Je größer die Systeme, umso langwieriger die Prozesse und bis natürlich solche Entwicklungen in einem chinesischen riesigen Immobiliensegment, bis die wirklich tiefgreifend sich umsetzen, das dauert im Zweifel auch zehn Jahre und länger. Und das ist genau das, was wir sehen. Wir sehen jedes Jahr und seit mehreren Jahren sehen wir schon diese Horrormeldungen aus dem chinesischen Immobilienmarkt. Der pleite, der pleite, der zahlt nicht. Und das wird immer mehr. Aber wie gesagt, es ist ein langwieriger Prozess. Ja, du hast es schön erklärt und damit auch schon zwei oder drei Fragen erschlagen. Wir haben ja, wenn du das so deutlich formulierst, einen Zinskrieg auf dieser Ebene dann, den sozusagen die USA gegen China austragen. Jetzt hat die Fed ja auch verkündet, dass man dieses Jahr die Zinsen dreimal senken möchte. Hältst du das dann für eine, sagen wir mal, für eine Nebelkerze, wenn China nicht hart genug getroffen ist? Würdest du sagen, man muss sich hier aus Sicht von Jerome Powell und den Vereinigten Staaten nicht unbedingt an die eigenen Worte halten? Würdest du so weit gehen? Du, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Wenn ich überlege, seit zwei Jahren noch eigentlich vor Beginn der Zinserhöhungen war ja schon die Meinung, die werden die Zinsen nie erhöhen. Als sie angefangen haben zu erhöhen, da war überall die vollkommen klare Einschätzung, das ist nur vorübergehend. Das ist ganz kurz, das ist ein halbes Jahr, dann werden die sofort wieder die Zinsen senken. Naja, das geht jetzt schon ins dritte Jahr, glaube ich. Auf jeden Fall eine ganze Weile und immer noch, jedes Mal, jedes Quartal heißt, aber jetzt werden sie im nächsten Quartal ganz bestimmt die Zinsen senken. Die haben sie nicht gemacht. Sie haben sie immer höher gezogen. Dann stabil gelassen. Jetzt hat man erstmal davon ausgegangen, für 2024, zehn Zinsschritte, also zumindest zusammengefasst, zehn Zinsschritte. Jetzt sagt man, nee, scheinbar doch nicht. War vielleicht nur drei. Vielleicht am Ende gar keiner. Wer weiß es schon? Vielleicht gibt es so eine oben. Oder Erhöhungen, ja genau. Kurzum, wir warten so einfach ab. Also deswegen, meine Aussage steht, die Amerikaner, was sie hier machen, ein Scheiß geht es um die Inflation. Zunächst ist es, das, was sie machen, hat auf die, diese Zinserhöhungen haben, auf die Ursache der Inflation überhaupt keine Wirkung. Also schon in der Ursprungsphase nicht. Da ging es um, da ging es um, um Lieferkettenproblematik und so weiter. Wie will ich denn, wie will ich denn, eingebremste Lieferketten mit Zinserhöhungen bekämpfen? Wie soll das gehen? Und andere Dinge mehr. Also kurzum, es ging da aus meiner Sicht überhaupt nicht um die Inflationsbekämpfung, sondern um China in Schwierigkeiten zu bringen. Und dazu gehört ja auch, wir sehen, dass in Amerika die beiden entscheidenden Player ja vollkommen gegensätzlich agieren. Wir haben einerseits die amerikanische Notenbank, die mit ihrem Fuß voll aufs Bremspedal latscht und die Zinsen hochreißt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr in der Dynamik, in der absoluten Entwicklung und auch auf dem Niveau hält. Also die Wirtschaft abbremsen will angeblich. Und wir sehen auf der anderen Seite die US-Regierung, die mit ihrem Fuß voll aufs Bremspedal latscht und mit unglaublichen Projekten, Programmen, Ausgaben die amerikanische Wirtschaft mit Geld zuscheißt. Und damit eigentlich Inflation erzeugt. Also entweder sage ich, okay, wir als die, die das Land regieren, nämlich Notenbank und Regierung, wir wollen, dass die Inflation in den Griff kommt, dann braucht die Notenbank die Zinsen gar nicht so stark anzuheben. Dann könnte die amerikanische Regierung sagen, wir gehen von den Ausgaben vom Ausgabenpedal mal ein bisschen runter und verschulden uns nicht mit Billionen pro Jahr, sondern machen das mal ein bisschen weniger. Dann würde die Inflation ganz schnell runterkommen oder andere Dinge passieren. Nein, die geben Vollgas, während die anderen auf die Bremse latschen. Das heißt, die Intention ist eine ganz andere. Und ich habe beschrieben eben, dass meine Einschätzung ist, bei aller Demut, vielleicht liege ich komplett falsch, vielleicht geht es wirklich nur um die Inflation, vielleicht geht es um so, wie es in der Zeitung steht. Vielleicht ist meine Einschätzung ja falsch, aber das ist meine Meinung, meine Sichtweise, dass es eben nicht darum geht, sondern dass es eben um diesen Konflikt mit China geht. Und der ist ja alles entscheidend. Da geht es um die Weltherrschaft für die nächsten Jahrzehnte und dem würde ich an amerikanische und an chinesische Städte da auch alles andere unterordnen. Ja, schön formuliert, um die Zinsen doch nochmal aufzugreifen. Wie passt es denn für dich zusammen, bevor wir uns dann mal den US-Immobiliensektor anschauen, im Gewerbebereich, der ja gerade massiv Einbußen mitbringt, aber auch auf deutsche Banken, darf man ja nicht vergessen, also da ist die Areal, die Pfandbriefbank und so weiter, Deutsche Bank, da sind einige Player dabei. Wie wirkt sich denn, oder warum wirkt sich denn das hohe Zinsumfeld nicht negativ auf Gold aus? Wir sagen ja eigentlich, negative Realzinsen sind sozusagen der Nährboden für steigende Goldpreise. Aber wir haben ja momentan den Trend, dass der Markt, so wie du schon sagtest, nicht wirklich sicher ist, ob man dem Wort von Christine Lagarde oder Paul wirklich glauben kann, ob es wirklich Zinssenkungen geben wird. Also wir haben gerade, während wir das Video drehen, ich habe mir die Charts jetzt hier aufgerufen, sind wir bei 2, also ich kann es eigentlich gar nicht glauben, bei 2.000, ich muss nochmal reinzoomen, ob das wirklich stimmt, bei 2.215 US-Dollar im Gold. Also wenn wir mal so ein paar Jährchen zurückschauen, und da war das eine böse Verschwörungstheorie, dass es diese Preise irgendwann mal geben wird. Wie passt das für dich? Dominik, du weißt doch, die Verschwörungstheorie von heute ist das Allgemeinwissen von morgen. Aber was das Goldthema angeht, hör mal, das muss ich dich fragen, du bist ja Goldexperte. Also die Frage muss du beantworten. Ich habe da meine Meinung, ja. Sag mir die nochmal, komm. Meine wäre alleinhaft im Vergleich zu deiner. Erzähl du uns, wie ist deine Sicht auf die Dinge? Absolut, sehr gerne. Also meine Meinung dazu ist tatsächlich, dass die Angst, die Kriegsangst momentan viele Menschen auch in sichere Häfen treibt. Und dass die Zentralbanken, gerade jetzt in der Zeit, wo sie sich eben aus Sicht der Schwellenländer mit riesigen Goldmengen eindecken, und zwar, wir hatten letztes Jahr ein 55-Jahres-Hoch, wir werden dieses Jahr ein weiteres Allzeithoch sehen, bei der Nachfrage der Ost, also der Schwellenländer-Zentralbanken, dass hier man sich im Prinzip vorbereitet gegen diese Geldentwertung, indem ja immer mehr Geld gedruckt wurde, und zeitgleich die Zentralbanken eben immer mehr Gold in den Portfolios haben. Und China versucht, gerade in dem Kampf der Zinsen, über den wir gerade gesprochen haben, hier natürlich die Vormachtstellung an sich zu reißen, wenn es darum geht, dass man dem Gold der Vereinigten Staaten entgegentreten möchte. Und die Chinesen haben ja die größte Goldproduktion der Welt und derzeit ist es eben so, dass die Chinesen auch ausländisches Gold hinzukaufen. Und die offiziellen Zentralbankbilanz der Chinesen werden wir nicht so schnell sehen, aber ich glaube eben, dass genau der Zinskrieg, von dem du sprichst, auch auf anderer Ebene Gold entgegengehalten wird und dass hier einfach ein unglaubliches Säbelrasseln zwischen diesen zwei Kräften stattfindet und dass dies in dem Fall eben Gold zugutekommt, zugunsten kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, dass wir vor allem, weil die Märkte eben nicht mehr an große Zinssprünge glauben, derzeit schon ein Stück weit einpreisen, dass es zu Zinssenkungen kommen wird. Ob es dann wirklich so kommt, werden wir sehen. Und das ist das, was wir momentan im Goldpreis sehen. Was aber für mich dabei viel spannender ist, dass Silber, und das ist das, was wir beobachten sollten, komplett vergessen wird. Sowohl medial, als auch aus Sicht des wirklichen Verbrauchs. Und in Silber liegt für mich momentan ein gigantisches Potenzial, auch aus Verhältnissicht Gold-Silber. Das ist meine Erklärung. Da gibt es noch viele andere makroökonomische Grundlagen, die man jetzt hinlegen könnte und sagen könnte, okay, warum steigt Gold eigentlich bei den aktuellen Zinsen? Aber ich glaube tatsächlich, dass die Angst, die Kriegsangst gepaart mit dem Wettrennen des Goldhorts der Bricks-Staaten gegen den Westen vor allem für diese steigenden Goldpreise derzeit sorgt. Was wäre denn deine laienhafte Meinung dazu gewesen, wenn du sie so bescheiden ausdrücken möchtest? Meine Meinung wäre da sehr ähnlich, weil ich die Nachfrage nach dem Gold vor allem auf dem Notenbanksektor sehe, wie du es auch beschreibst. Die Privaten siehst du das sicherlich auch, aber ich glaube, das macht einen deutlich geringeren Teil aus. Wir sehen momentan, die Notenbanken massiv kaufen und ich vermute, dass das seinen Grund hat. Das deckt sich mit meiner Einschätzung, auch die, die ich seit Jahren äußere. Ich sage, dass dieser Konflikt zwischen USA und China genau so laufen wird. Das war meine Ankündigung. Die Amerikaner werden die Zinsen deutlich anziehen, massiv anziehen. Das wird in China den Stecker ziehen. Das wird in China zu diesem Zusammenbruch des Immobiliensektors und weiterer Bereiche führen. In der Folge werden wir eine sehr starke weltwirtschaftliche Zusammenschnurren sehen. Ein ganz kurzer deflationärer Schock, nenne ich das mal, wo alles mal kurzfristig massiv unter Druck kommt. Und dann werden die Amerikaner genau das tun, was zu erwarten ist. Sie werden voll von der Zinsbremse gehen. Sie werden die Zinsen wieder Richtung Null senken. Sie werden massiv Geld in die Märkte pumpen. Und das wird die Inflation durch die Decke schießen und Richtung galoppierende Inflation. Und danach werden wir auch über neues Noten, über neues Geldsystem nachdenken. Danach werden wir über Zentralbankgeld nachdenken, über Zentralbankcoins nachdenken, über digitalen Euro, digitalen Dollar. Das wird alles dann die Konsequenz sein. Wir werden das neu auf digitaler Ebene aufsetzen. So, und das wird der letzte finale Schritt dann sein vor diesem neuen System, vor diesem neuen Währungsthema, dass das alte erst mal über Inflation weggehauen wird. Deshalb kann die amerikanische Regierung sich auch bedenkenlos verschulden, so hoch sie will, weil aus meiner Sicht, wie gesagt, das ist alles meine Einschätzung. Und vielleicht sagen andere völliger Blödsinn, alles Quatsch, sehe ich ganz anders. Meiner Sicht, die amerikanische Regierung kann sich derzeit verschulden, so viel sie will, weil sie wird es sowieso nicht zurückzahlen müssen. Und sie wissen, in ein paar Jahren wird das Ding weginflationiert und wir reden eh über neue Gelder. Also können wir dieses Spiel jetzt machen. So, und wer es ähnlich sieht, was würde der tun? Der würde sich natürlich Sachwerte ins Depot holen, und zwar welche, die auch jedem noch so schwere Entwicklungen überstehen. Und das ist Gold. Gold gehört da dazu, deshalb holt man sich ins Depot, da geht es nicht um Rendite, da geht es nicht um Zinsen, sondern es geht darum, etwas zu haben, was jede Währungsveränderung besteht, danach eben in der neuen Währung abgerechnet wird. Und das ist das, was wir sehen. Und wenn die Zentralbanken der Welt das in großem Stil tun, dann muss man sich doch fragen, was wissen die, was wir nicht wissen? Ist das wirklich so eine Verschwörungstheorie, dass sowas bevorstehen könnte, so eine starke Inflation und die Zentralbanken spinnen alle? Oder warum machen die das sonst? Weil die Gold so toll finden? Oder weil die, ja, warum sollte man das machen? Ja, ich hatte ein schönes Zitat, ich glaube, Ernst Wolf hatte das mal gesagt, er sagt, wenn die Zentralbanken ihrem eigenen Produkt nicht mehr vertrauen, nämlich dem Fiat, und stattdessen Gold kaufen, sollte das zum Nachdenken anregen. Und das war für mich auch so ein kleiner Moment, der mich nochmal ins Nachdenken gebracht hat. Aber du hast es gerade schon aus der Schublade gezogen, das böse Wort digitales Zentralbankgeld. Da verändert sich ja etwas in unserem System und in unserem Geldsystem. Und hier vertrete ich die Sicht, dass das System, das wir derzeit sehen, einfach bis zum letzten Atemzug geplündert wird, weil man eben weiß, dass es in ein neues, digitales und vor allem zentral gesteuertes Geldsystem geht. Die BRICS-Staaten haben nun ihr eigenes digitales Zahlungssystem angekündigt auf Basis eines gemeinsamen CBDCs, also in dem Fall China, Brasilien, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und eben fünf oder vier weitere Staaten seit 2024. Also ein Staatenbündnis, das sehr mächtig wird, gemessen am BIP von den G7-Staaten sogar mächtiger. So, und die große Frage ist also, die könnte es sogar sein, um den Krieg vom Anfang nochmal heranzuziehen. Dazu würde mich deine Meinung interessieren. Dient der Krieg vielleicht viel mehr der Einführung dieses digitalen Zentralbankgeldes? Ist der Krieg vielleicht ein viel größeres Ablenkungsmanöver für dieses Thema, das die Welt einfach nicht wahrnimmt, was hier gerade passiert? Weil dieses totalitäre System wäre genau das, um jegliche Fantasien eines Orwellschen Albtraums, um es mal beim Wort zu nennen, durchzusetzen. Also ich kann grundsätzlich nie was ausschließen. Das habe ich mir abgewöhnt, irgendwas auszuschließen. Aber ich würde es nicht als die höchste Wahrscheinlichkeit einschätzen. Also ich sehe diesen Krieg unabhängig davon, weil das, was hier passiert in der Ukraine, das ist etwas, was seit Jahrzehnten schwelt oder in der Entwicklung ist. Das ist ja auch ein Prozess. Auch hier, ich habe vorhin über große Systeme gesprochen. Und wenn wir über geostrategische Veränderungen auf Weltebene sprechen, das sind ebenfalls Projekte, die nicht innerhalb von drei Jahren ablaufen, sondern über Jahrzehnte ablaufen. Und das, was hier im Moment passiert, ich erinnere immer wieder, auch die Jüngeren, die es vielleicht nicht kennen, dieses legendäre Buch von Eugenio Brzezinski, das The Grand Chessboard oder die deutsche Übersetzung Die letzte Welt macht. Dort beschreibt er als einer der einflussreichsten Berater der amerikanischen Präsidenten seit Präsident Nixon bis in die jüngste Vergangenheit, dort beschreibt er im Detail die Pläne der USA für den eurasischen Kontinent. Und dort, und das ist ja deshalb interessant, wenn man es im Rückblick liest, wenn man es heute liest, dieses Buch, das in den 90ern geschrieben wurde und liest es im Rückblick und sieht, wie all das, was er aus seinem Zeitpunkt heraus für in die Zukunft angekündigt hat, das sind unsere Pläne, unsere amerikanischen Pläne für Eurasien. Und du siehst, dass das minutiös genau so stattgefunden hat. Dann kann er sich natürlich hinstellen, nein, das war nur ein Spinner, der zufällig Glück gehabt hat und so weiter. Natürlich, das kann man so sehen. Ich sehe das nicht so. Ich sage, ja, der hat niedergeschrieben, was sie vorhaben. Und genau das haben sie auch umgesetzt. Und genau das ist passiert. Und dort ist bereits der Ukraine-Konflikt in den 90er Jahren, ist der dort wörtlich aufgeführt. Dort heißt es, diese NATO-Osterweiterung wird stattfinden. Es ist genau angeschrieben, in welchem Jahr, welches Land der NATO beitreten wird, zu einem Zeitpunkt, als überall noch nie die Rede von NATO-Osterweiterung war, war da schon angekündigt im Buch, wann welches Land beitreten wird und unter welchen Rahmenbedingungen. Und dann hieß es, das wird Russland alles schlucken, weil sie können gar nicht anders, weil sie zu schwach sind. Sie können sich derzeit nicht wehren. Sie werden sich beschweren, aber sie werden das schlucken. Außer die Ukraine. Um das Jahr 2015 herum, es war dann 2014, um das Jahr 2015 herum wird es zu einem großen Konflikt um die Ukraine gehen mit Russland. Und das wird Russland nicht akzeptieren. Die Ukraine ist der Schlüsselstein auf dem eurasischen Schachbrett. Und ohne die Ukraine ist Russland keine eurasische Großmacht mehr. Deshalb ist es für uns so elementar wichtig, die Ukraine hier herauszulösen. Und hier wird Russland sich wehren. Und dann wird sich zeigen, ob das ein militärischer Konflikt wird, der möglicherweise zwischen der NATO und Russland stattfindet, oder nur ein wirtschaftlicher Konflikt. Er beschreibt dort sogar, dass sich dann in dieser Situation, noch mal in den 90er Jahren geschrieben, um das Jahr 2015 folgende, sich Russland dann mit China und dem Iran verbünden wird, um dem zu widerstehen. Aber dass man das nicht zu ernst nehmen sollte, dass die nicht so stark genug wären und so weiter und so weiter. Also noch mal, das, was hier passiert, ist ein Prozess, der seit Jahrzehnten läuft. Es geht um Machtentwicklungen auf geostrategischer Ebene und die dauern Jahrzehnte. Die planen nicht, man muss, die Leute haben immer so die naive Vorstellung, in den Regierungen, in Washington oder Russland oder Peking würden die Leute morgens aufstehen, in den Rollladen hochziehen, rausgucken oder mal bei CNN gucken, was denn so in der Nacht passiert ist. Oh, was machen wir denn jetzt? Nein, die planen Jahrzehnte im Voraus, oftmals auf Generationen im Voraus, weil das musst du tun, wenn du Weltmarkt bist, musst du so weit voraus planen, weil die Prozesse so lange dauern. Und das tun die auch. Die sind nicht überrascht, was da plötzlich der Russe oder der Chinese oder der Iraner macht. Da gibt es mal überraschende Komponenten, aber im Großen und Ganzen hat es durchaus eine Struktur. Und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt kurzfristig verwendet wird, um wegen den digitalen Währungen, die kommen so oder so. Ich halte diese digitalen Währungen, um den langen Bogen auf deine Antwort zuzuspitzen, ich halte diese digitalen Währungen, die hier kommen, für kreuzgefährlich. Sie werden kommen, wir werden sie auch nicht verhindern können. Ich versuche, meinen winzigen Teil dazu beizutragen, sie so lange wie möglich rauszuzögern, indem ich immer bar bezahle und sage, solange wir hier noch Barzahlungsquoten von 50, 60, 70 Prozent haben, fällt es einfach schwer zu sagen, es zahlt doch eh keiner bar, dann können wir es auch abschaffen. Dann morgen zu sagen, so ihr wollt, zahlt zwar alles mit Bargeld, aber morgen dürft ihr nicht mehr, ist nicht ganz so einfach. Also das ist so ein ganz kleiner Versuch. Warum halte ich das für gefährlich? Die digitalen Währungen werden kommen. Ab dem Moment wird jeder, nicht im ersten Moment, man wird es dann in den Jahren danach nachreichen, die Programmierbarkeit. Das heißt, jeder Euro, jeder US-Dollar ist direkt mit dir als Person, mit dir, Dominik Kettner, verbunden. Und jeder Euro, den du ausgibst, wird analysiert, wird überprüft, für was du den ausgibst. Es besteht dann die Möglichkeit, und das ist keine abstrakte, sondern eine, die ja schon in Tests läuft, deine Ausgaben mit einem CO2-Konto zu verknüpfen und zu sagen, oh, der Herr Kettner hat im letzten Monat schon so und so viel Stegs gekauft oder so und so viel CO2 ausgestoßen. Ab dem 20. ist deine Karte gesperrt, weil dein CO2-Ausstoß ist leider schon überschritten oder andere Dinge mehr. Du darfst dies nicht mehr tun, du darfst jenes nichts mehr tun, das nur noch so lang. Und das ist alles, kann man doch sagen, na ja, das ist dann halt so, aber dann gehen wir einfach mal 50 Jahre weiter und nehmen an, wir hätten eine totalitäre Regierung, man weiß doch nie, wie sich die Dinge entwickeln. Und diese totalitäre Regierung, die kann dann sagen, oh, der Herr Kettner hat die Regierung kritisiert, Herr Kettner, machen wir nicht mehr, oder? Und damit sie es lernen, werden sie die nächsten zwei Monate auch mal ihre Region nicht verlassen. Sie kaufen kein Flugticket mehr, kein Busticket mehr, kein Taxiticket mehr und tanken werden sie auch nicht, denn das ist alles für ihre Karte jetzt gesperrt. Und dann verlässt du deine Region nicht mehr. Und wenn du zwei Monate später immer noch sagst, der Kanzler ist blöde, dann heißt Herr Kettner, ab morgen kaufen sie gar nichts mehr. Und mit einem Tastendruck ist es möglich, dein digitales Geld für dich zu sperren und du kaufst nicht mal mehr ein Brötchen, nicht mal mehr ein Kugelschreiber. Du erfindest nicht mehr statt. Du hast kein Bargeld mehr, wo du beim Bäcker mal ein Brötchen kaufen kannst oder dass du nicht verhungern musst. Du bist einfach abgeschaltet. Das kann ein totalitäres System einfach tun. Und du wirst auch sonst nirgends bezahlen können, weil der Rest der Welt auch digitales Geld hat. Jetzt kann man natürlich so hoffen, na, dann werde ich es mit einem Bitcoin machen. Ich kann es abwarten. Deswegen, digitales Geld halte ich für sehr, sehr gefährlich. Vielleicht sehe ich es zu schwarz. Vielleicht kommt das zu mich. Aber die Gefahr ist definitiv da. Es ist alles in der Pipeline, um es genau so umzusetzen und nur für ein bisschen Bequemlichkeit und ein bisschen schnelleres Vorankommen an der Supermarktkasse oder so ein Risiko einzugehen. Denn solange ich einen 10-Euro-Schein in der Hand habe, gehe ich in jeden Laden, die Leute kennen mich nicht, kauf mir ein Brötchen, kauf mir einen Kugelschreiber oder Druckflyer, um sie irgendwo in der Nachbarschaft zu verteilen. Aber sobald ich das Bargeld nicht mehr einsetzen kann, ist das immer eine ganz gefährliche Situation. Und deswegen glaube ich, jeder, der darüber nachdenkt, sollte sehr, sehr bemüht sein, das Bargeld so lange wie möglich am Leben zu halten. Nochmal, vermutlich werden wir diese Entwicklung nicht aufhalten können. Aber wir können doch alle unseren kleinen Teil dazu beitragen, sie zu verschieben. Schön ausgedrückt. Ich habe dazu gestern ein paar spannende Fakten auf den Tisch bekommen, die mich schon auch aus den Socken gehauen haben. Zum einen, ich bin einmal ein Riesenbargeld-Fan und den Appell möchte ich auch nochmal verstärken. Zahlt bitte Bar so oft und so gut es geht. Die EU setzt nicht umsonst jetzt gerade mit ihrer neuen, mit einem neuen EU- Anti-Geldwäsche-Gesetz darauf, dass anonyme Barzahlungen ab 3.000 Euro bereits verboten werden sollen. Es waren ja bereits 10.000 Euro vorher, sondern auch die sogenannte Anti-Money-Laundering, AMLA heißt diese, ich glaube Association war das letzte Wort, jedenfalls in Frankfurt wird Ende 2025 diese Organisation gegründet, diese AMLA. Und das Spannende dabei ist, dass die Zeit gleich kommen soll mit der Einführung des digitalen Euros. Das sauge ich mir auch nicht aus den Fingern, sondern ich habe einen, den verlinken wir gerne unter dem Video für euch, zum einen einen Clip von der Europäischen Union und zum anderen auch ein Paper, das von der Bundesbank veröffentlicht wurde, in dem man auf Seite 15 ganz genau sehen kann, wie die Planungsphase ist und man geht Ende 2025 vom Rollout des digitalen Euros aus. Also wenn es die Bundesbank bereits schwarz auf weiß in ihren Papers veröffentlicht und die Gesetzesentwürfe dafür da sind, dann brauchen wir uns auch nicht die Frage stellen, ob es kommt, sondern es wird kommen, es sind sogar schon Stellenausschreibungen draußen. Dirk, mir überlegt, ob ich mich dann mal bewerben soll als Lead für die Bereitstellung im Betrieb Retail CBDCs. Vielleicht kriegen wir es damit noch ein bisschen gebremst, aber Spaß beiseite. Die Sache wird eine harte Kiste, eine harte Realität und ich denke, es ist für jeden an der Zeit, sich Fragen zu stellen oder die Frage zu stellen, wie kann ich mein Leben trotzdem noch einigermaßen sorgenfrei oder zumindest so leben, dass ich nicht alles dem Staat in die Hände werfe. Wo wir jetzt noch bei einem kleinen Abschlussschwenker waren, was ja eigentlich dein Hauptthema ist, ich schätze dich aber auch für die anderen Themen und zwar das Thema der Aktienmärkte. Meine Frage sollte dahin gehen, Dirk, in der Bild-Zeitung stand, dass Milliardäre wie Jeff Bezos, Zuckerberg, hochrangige US-Politiker derzeit gerade panisch Aktien verkaufen. Wir haben uns auch mal angeschaut, es gibt ja in den USA die Offenlegungspflicht für Politiker. Es gibt teilweise wirklich größere Absonderungen, ganzer Portfolios. Ich meine, bei einem Bezos oder bei einem Buffett macht das jetzt nicht den großen Batzen aus. Wie siehst du die aktuelle Situation hinsichtlich der Aktienmärkte für die nächsten Monate in diesem Jahr? Erwartest du hier auch Korrekturen, weil du sagtest, wir haben sowas wie einen deflationären Schock, den du noch mal kommen siehst? Oder bist du hier erstmal, solange die Zinsen auf dem Niveau bleiben, wie sie jetzt sind, entspannt? Also das kann in den Börsen immer sehr, sehr schnell gehen, wie wir wissen. Haben wir momentane Situationen, die zwingend auf jetzt sofort zu einem schweren Kurseinbruch führen muss? Nein, aus dem Stand heraus nicht. Es kann jeden Moment kommen. Wir können jetzt unser Gespräch beenden und über die Osterfeiertage plötzlich kommt irgendeine Meldung rein und die Welt ist eine andere. D'accord. Und Gründe dafür gäbe es zuhauf. Aber es muss auch nicht passieren. Nehmen wir reine Kursmathematik. Wo stehen wir? Wir gucken uns die amerikanischen Märkte an. Wir sehen beim S&P momentan eine und eine Aktienrendite von etwa 4,2 Prozent. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, vor allem, da wir auch für 5- und 10-jährige US-Staatsanleihen 4,2 oder sogar etwas drüber haben. Also wir sehen sogar leicht mit den Zinsen für sichere amerikanische Staatsanleihen über den Renditen, die ich als Aktieninvestor im S&P bekomme. Und das ist in den letzten 20 Jahren eine nicht vorgekommene Situation. In der Regel gibt es für Aktien eine höhere Rendite als für Anleihen. Aber diese Situation war auch schon krasser. Wir hatten, als wir diese Blasenbildung 2000 hatten, dort war es noch viel extremer. Dort waren die Renditen für die amerikanischen Aktien im Schnitt bei 3,2 Prozent. Also noch mal ein Prozent tiefer. Und die Zinsen waren bis auf sechs Prozent hoch. Also der Gap war noch mal deutlich auseinander. Aber das war eben dann auch die Blasenbildung. Dann kam es zum schweren Einbruch und das hat sich korrigiert und es ging wieder auseinander. So extrem sind wir derzeit noch nicht. Also wenn ich mir anschaue, dass ich für eine Qualcomm beispielsweise derzeit eine Free Cashflow-Rendite im Schnitt auf die nächsten fünf Jahre von über sechs Prozent bekomme. Auch Meta und Google, wie sie heißen, die Renditen sind nicht exorbitant, aber sie sind im Schnitt für die nächsten fünf Jahre irgendwo zwischen vier, fünf, fünfeinhalb Prozent. Das passt noch halbwegs hin zur Rendite der Anleihen, zumal, wenn man davon ausgeht, dass die Anleiherenditen demnächst auch wieder sinken. Also wir haben jetzt nicht einen totalen Hype, wo du sagst, das ist vollkommen überbewertet. Selbst Nvidia, die so extrem stark gestiegen sind, aber die Gewinne geben es eben auch her. Sie haben eben auch so hohe Gewinne. Die Wachstumsraten, zumindest die jetzt antizipierten und die Analysten sind ja nicht komplett bescheuert, die müssen ja von dem ausgehen, was im Moment absehbar ist. Klar, das kann sich morgen ändern. Morgen gibt es eine neue Situation, eine Rezession und die ganzen Wachstumsraten sind Makulatur. So muss es ja von dem ausgehen, was im Moment am Start ist. Dann passen die Zahlen, dann ist das vertretbar. Da ist noch durchaus Bewegungsspielraum nach oben, aber es kann jederzeit auch zu massiven Korrekturen kommen, die es wieder günstiger machen. Denken wir an Meta. Meta gab es vor anderthalb Jahren für 100 Dollar. Ja, da habe ich gesagt, was für ein Wahnsinn. Da gab es eine Free Cashflow-Rendite von etwa 7, 8 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für Meta. Und keiner wollte sie haben für 100 Dollar. Ich sage, was für ein Wahnsinn, wie billig kannst du noch werden? Ja, also die Märkte können auch aus heiterem Himmel einfach mal irrational werden oder einfach mal korrigieren und dann gibt es was billig. Also jederzeit können die Kurse hier massiv unter Druck kommen. Sie können extrem unter Druck kommen, aber sie müssen derzeit nicht. Es ist nicht die Situation, dass du sagst, du hast eine totale Blasenbildung, die jetzt unbedingt platzen muss. Das kann durchaus noch viele Monate weiter auf dem hohen Niveau sein oder sogar noch weiter ansteigen, bevor wir eine wirkliche massive Übertreibung haben. Von daher, die Künstliche Intelligenz treibt momentan sehr stark, weil man davon ausgeht, dass das sehr viel Wachstum und Produktivität bringt. Hier glaube ich, dass wir einen Hype sehen, definitiv einen Hype. Aber es wäre auch meine Frage gewesen, gerade im KI-Bereich, wie du das Thema wahrnimmst, weil ich habe da ein Bild gefunden in der Recherche, sorry, dass ich dich da ganz kurz ins Wort verlaube, du kannst da gleich weiter fortführen. Es gibt so ein berühmtes Bild von dir, in dem du, ich glaube am 12. März 1999, euphorisch die Arme hochreißt, als der DAX damals zum ersten Mal die 5000er-Marke durchfahnt. Nein, 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 nein. Siehst du, das ist wieder Verschwörungstheorie, Dominik. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Der Hintergrund, warum ich die Arme hochreiße, war der Rücktritt von Oskar Lafontaine. Das war der Grund. Nein, das war der tatsächlich nicht. Ich erinnere mich an dieses Foto sehr gut, denn an diesem Tag ist Oskar Lafontaine zurückgetreten und der Fotoreporter, der dieses Bild gemacht hat, der kam ein paar Stunden zu spät an die Börse. Da war schon alles gelaufen und die anderen Kollegen hatten alle schon ihre Fotos und waren verschwunden und waren schon wieder in ihren Redaktionsräumen, um das in Druck zu geben. Und der kam, ohne Quatsch, der kam wirklich zu spät und stand bei mir und der war oft bei mir und haben uns unterhalten und da sagt er, scheiße, Mensch, ich bin zu spät, die anderen haben alle ihr Foto schon und haben uns kurz unterhalten und sagt er, sag mal Dirk, was ist denn deine Reaktion, was sagst du eigentlich hier zur Rücktritt von Lafontaine? Und ich so, ich? Ja! Und in dem Moment reißt du die Kamera hoch und drückst ab. Und damit hatte er das geilste Bild des Tages, alle anderen wurden nicht gebracht, sondern seins, weil er zu spät gekommen ist, war dann das Bild. Das hatte mit 5000 nichts zu tun, das war der Rücktritt von Oskar Lafontaine. Okay, die Frage wäre nämlich gewesen, da hatten wir ja den Dotcom-Boom, der dann entstand. Heute haben wir das Thema KI und es wird viel spekuliert. Ich sehe das ähnlich wie du, wir haben die Gewinne und diese Gewinne geben das her. Wir sind im KI-Bereich meiner Meinung nach ganz am Anfang. Also ganz am Anfang, ja. Wir sehen, dass hier viel, viel Veränderung im Markt möglich ist. Wie würdest du denn, also wann würdest du von einer KI-Bubble sprechen, rückblickend auch auf deine Erfahrung aus der Zeit vielleicht der Dotcom-Bubble? Ja, da kann man sehr, sehr viele Parallelen ziehen zu Dotcom-Bubble damals. Es war damals auch das Internet, das wo klar war, das ist jetzt, jetzt ist es da, jetzt wird es die Welt revolutionieren, sie wird sie über den Haufen werfen, völlig neu gestalten und das war so. Hat es Internet gemacht? Ja. Und es war klar, dass mit dem Internet unglaubliche Summen zu verdienen sind, dass die Welt eine andere werden wird. Das war so. Aber was alle angenommen haben, das, was wir vorhin schon mal gesprochen haben, über Langfristigkeiten, wie lange Prozesse dauern, im Kopf des Investors. Das geht fürs Negative, oh, so eine Krise, das muss doch morgen alles einbrechen, genauso wie für das Positive. Das muss morgen, müssen alle Unternehmen unendlich viel Geld verdienen mit dem KI. Nein, auch das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte geht, über viele, viele, ein, zwei Jahrzehnte auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch die Situation, das fängt jetzt an, sich durchzusickern, dass man merkt, ja klar, das wird das Riesending, aber noch gibt es auch Probleme. Noch kann man sich auf die Daten nicht so toll verlassen. Da sind plötzlich, ist dann ein Daumen zu viel oder die Zahlen stimmen nicht, die künstliche Intelligenz spinnt sich plötzlich was zusammen und nichts ist schlimmer im professionellen Segment als falsche Daten. Lieber habe ich keine Daten als falsche oder nichts verlässliche Daten. Das ist viel, viel schlimmer. Und deswegen wird man jetzt, gerade im professionellen Segment, in allen Bereichen der Wirtschaft, bei KI zwar interessiert dabei sein, experimentieren, aber man wird den Teufel tun, jetzt all in, alles da drauf zu setzen. Das bedeutet, ja, es wird ein Zukunftsfeld sein, es ist aber auch noch viel, was bis dort möglich oder nötig ist. In vielen Bereichen wird man schon umsetzen, weil es nicht so schlimm ist. Bei Spielen, bei Games, wenn da irgendwas nicht 100 Prozent, name it. Eben rumspielen bei Adobe, bei Photoshop, ich mache mir da ein Bild oder da stimmt hinten was nicht, who cares. Also man wird vieles einsetzen, aber es wird nicht sofort alles all in gehen. Und jetzt ist aber die Erwartung vieler Investoren, dass genau dieses alles jetzt gleich passiert. und dann stellt man fest, ach nee, das dauert doch länger, das ist ein langsamerer Prozess, aber ganz, ganz viele wollen von dem Kuchen was abhaben an Unternehmen und plötzlich ist der Kuchen gar nicht so groß, um alles satt zu machen. Dann wird es vielleicht doch nicht diese hohe Gewinnwachstum aller Unternehmen geben und dann kommt plötzlich die erste Enttäuschung. Man hat 60 Prozent Wachstum für das nächste Jahr erwartet und sind plötzlich nur 45. Oh, da stimmen unsere Zahlenwerke gar nicht mehr und plötzlich ist die Aktie 30 Prozent niedriger. Also ich glaube, aus der Ecke muss man das sehen. Wird die künstliche Intelligenz diese Internetwelt neu gestalten? Definitiv ja. Wird sie ein unvorstellbares Gewinnpotenzial für viele Bereiche bringen? Ja, wird sie. Aber die Frage, auch dieses kann einfach in der Zeitachse die Hoffnung zu hoch sein. Noch sind wir aus meiner Sicht in der Situation, dass wir zu viel Hoffnung reinsetzen auf den kurzfristigen Erfolg. Das kann sie auch noch steigern. Dann kommen wir in den Bereich der tatsächlich großen Blase, die dann korrigiert. Aber trotzdem wird natürlich die Technologie sich durchsetzen und werden die Unternehmen damit Geld verdienen. Aber es wird eben auch zu einer Enttäuschungskorrektur kommen, weil die Hoffnung die Erwartungen schlichtweg an irgendeinem Punkt über zu stark sind. Ob das schon der Fall ist, das kann dir leider immer, kann man immer erst im Nachhinein sagen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Aber dass er kommen wird, das ist sicher, weil das ist das Interessante daran. Ich habe das früher öfter mal gemacht in Vorträgen. Das kannst du für nahezu jede Technologie, die größere Veränderungen mit sich gebracht hat, kannst du es an den Charts ablesen. Du hast immer die gleichen Entwicklungen. Du hast erst so ganz niedrig, das war auch bei der Windkraft, bei Solar, name it, Elektroautos. Du hast am Anfang so einen Flatliner, keine Sau interessiert sich dafür. Dann kommt so plötzlich so ein Peak, wo es nach oben geht, wo so die Profis raufschauen, so die ersten Technikfreaks. Oh, das funktioniert ja wirklich. Da ist ja, oh, das wird ein Riesenpotenzial haben. Die Leute glauben es noch nicht. Und dann kommen das langsam die ersten Anwendungen in die Märkte. Die Tageszeitungen berichten darüber, die Medien berichten darüber, dass das passiert. Dann rennen alle drauf. Es gibt einen Riesenhype. Alle reden nur noch davon, so wie jetzt. Alle reden nur noch über KI. Bis es dann, der Zeitpunkt ist dann, ich sage das immer so flapsig, der entscheidende Punkt ist, wenn es auf der Apotheken Umschau auf der Titelseite steht. Das ist der Zeitpunkt, wo Oma Erna Aktien der Künstliche Intelligenz kauft. Und dann sind die Letzten drin. Dann ist die totale Hype. Und dann kommt genau dieser Peak, diese Enttäuschung. Der Markt ist noch gar nicht so reif. Da ist noch gar nicht so viel Potenzial, wie Unternehmen und Hoffnung da drin steckt. Und dann kommt die Enttäuschungsmeldung und dann geht es ratzfababab massiv runter. Und von dort unten, von diesem Tal aus, da kommt dann der langfristige Anstieg über die nächsten Jahre mit den großen Erfolgsgeschichten. Und dann siehst du, da entstehen in der Regel ganz oft erst übrigens die Konzerne, die später dieses große Geld machen. Das sind nicht unbedingt die First Movers, die ganz am Anfang genannt wurden. Denk mal ans Internet, wie viele Unternehmen es von damals gar nicht mehr gibt, die damals gehypt wurden als das. Also allein im Suchmaschinenbereich, wenn man überlegt, Lycos, Aladin, AOL, die ganzen Fireball, was da alles damals gehypt wurde. Und am Ende haben sich dann ein, zwei Player oder ein Player, ein dominanter Player durchgesetzt. Ja, gebe ich dir recht. Wir hatten uns beim letzten Mal über das Thema Stoizismus, über die antiken Stoiker, über die buddhistischen Lehren unterhalten. Da kam viel positives Feedback und man spürt ja, dass du heute auch ein anderer Mensch bist, auch etwas entspannter und in dir vielleicht auch etwas zufriedener. Zumindest wirkt das auf mich so. Trotz der Lebensumstände in unserer hochtechnologisierten Welt, die wir ja jetzt sehen, bleibt es ja das Ziel, auch geistig gesund zu bleiben. Denn bei allem, was auf uns einprasselt, wenn man sich sowieso mit Nachrichten und diesen Themen beschäftigen muss, gilt dann vielleicht auch so ein bisschen das Gleiche wie in der Antike. So dieser stabile Geist, der sozusagen automatisch dazu führt, dass die Stabilität und die Manier dafür sorgt, dass man auch sicher durch die heutige Welt kommt. Wie würdest du das den Zuschauern vielleicht mitgeben wollen, wer vielleicht verunsichert ist von all dem, was passiert, aber trotzdem straightforward, gradlinig seinen eigenen Weg gehen will? Welche Tipps hast du da? Absolut. Das Erste ist, du musst deinen eigenen Weg gehen. Also es gibt natürlich viele Methoden und Möglichkeiten und man kann sich alle möglichen Philosophien und Dinge anlesen und durchschauen. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg, zu seinen Erkenntnissen zu kommen. Man muss den gehen, man muss lesen, muss aufmerksam, achtsam sein, in sich selbst reinhören und zu gucken, was passt wann zu mir, um meinen Weg zu entwickeln. Es gibt nicht diesen einen Masterweg. Ich für mich habe meinen Weg gefunden und das heißt, wenn der Schüler bereit ist, zeigt sich der Lehrer, ich habe immer zu den verrücktesten, aber passendsten Momenten hat mich der richtige Impuls erwischt. Sei es ein Buch, sei es ein Gespräch, sei es irgendein Graffiti, sei es irgendwas, was mir begegnet ist und was meinen Weg gezeichnet hat und da bin ich heute. Und ich bin heute längst noch nicht am Ziel. Es gibt kein Ziel, wir wirst es nie erreichen, wir wirst immer auf dem Weg immer ein Suchender sein, aber du kannst dich weiterentwickeln und ich glaube, für mich, wenn ich mich selbst im Rückblick betrachte, bin ich sehr, sehr weit gekommen und habe noch viel vor und weiß noch, wo ich überall zu arbeiten habe, aber tatsächlich dieses Loslassen ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Damit entscheide sich vieles. Gerade diese Woche ist mein Schwiegervater verstorben und da kommen gerade diese Gedanken auch von dem Loslassen. Warum verspüren wir diesen Schmerz, wenn jemand stirbt? Es ist einerseits natürlich das Mitleid, was eigentlich gar nicht nötig ist. Sokrates sagte mal, niemand kennt den Tod, wir wissen nicht mal, ob er nicht vielleicht das größte Geschenk für den Menschen ist. Ob man dann immer für denjenigen traurig sein muss, der geht. Oft ist es einfach nur der eigene Schmerz, der Verlust. Wir verlieren etwas, wir verlieren einen geliebten Menschen, das heißt, sagt man ja auch. Und dieser eigene Verlust, dieses Loslassen, das macht uns diesen Schmerz. Und das kann man, auch wenn es ein bisschen merkwürdig klingt, natürlich auch auf die anderen Themen beziehen. Die Menschen verspüren Schmerz, aus Angst, dass sie ihr Geld verlieren, aus Angst, dass morgen dies, jenes passiert, aus Angst, ihr Haus zu verlieren, ihre Gesundheit zu verlieren, ihr Leben zu verlieren, dies oder jenes zu verlieren. Diese Angst, etwas zu verlieren, ist unglaublich viel Schmerz, genauso groß wie die Angst, etwas, was ich unbedingt haben will, nicht zu bekommen. Und der Buddhist sagt, das Leben ist Leid, wobei er genau dieses meint, dieses, weil der Mensch offenkundig permanent darunter leidet, dass er den Wunsch hat, etwas zu bekommen, was er nicht kriegt, oder die Angst hat, etwas zu verlieren, was er hat. Und das kann man durchaus auch daran arbeiten, indem man sein Denken verändert und sagt, warum, was fehlt mir denn? Mir fehlt doch überhaupt nichts. Wenn Dud und ich hier sitzen, uns fehlt im Moment nichts. Wir unterhalten uns prächtig, wir haben zu trinken, wir haben keinen Hunger, also Appetit vielleicht, aber ich rede von Hunger, kennen wir zwei gar nicht. Und uns ist im Winter auch nicht kalt, also wo ist unser Problem? Dann diskutieren wir über die Probleme, was könnte morgen sein, es könnte morgen Krieg kommen, es könnte morgen Inflation kommen, es könnte morgen dies kommen, dann habe ich vielleicht weniger Geld, da machen wir uns Sorgen. Nein, ich mache mir die nicht mehr. Ich beobachte die Dinge, ich beschreibe es nicht, ich sage, ja, das kann passieren. Und dann war deine Frage vorhin, ja, und was ist denn, wenn das dann so kommt? Dann wird das so sein. Dann werde ich damit umgehen, dann wird das so sein, dann werde ich damit wieder einen Weg finden, damit umzugehen. Wenn wir auf die Welt kommen, die kleinen Kinder, die Babys, die sind einfach zufrieden mit dem, was ist, die haben keine Sorge, dass sie morgen kein iPhone kriegen oder das nicht passiert, sondern sie leben den Tag. Und einfach dieses zu sagen, dieses Gottvertrauen, da könnte ein bisschen Spiritualität auch zu sein, dazu zu sagen, so wie es morgen sein wird, wird es sein. Und damit werde ich auch zufrieden sein. Wenn ich all das, was ich heute habe, morgen nicht mehr habe, dann ist das so. Und dann werde ich damit auch mein Glück finden. Ich mache mein Glück nicht mehr abhängig von äußeren Entscheidungen, ich mache es nicht abhängig von irgendwelchen Gegenständen, von irgendetwas, was ich habe oder nicht habe, auch von Personen, die mein Leben verlassen oder in mein Leben eintreten, sondern ich werde sagen, so wie es ist, ist es. Und das gelingt mir heute in einer Art und Weise, die ich früher für unmöglich gehalten hätte. Und das letzte Ziel, das du dabei erreichen kannst, ist einfach auch zu sagen, auch am eigenen Leben nicht so anzuhaften, sondern zu sagen, ich lebe es gerne mit unglaublich viel Spaß und Freude, aber es wird irgendwann beendet sein. Das ist so. Und dann wird das in Ordnung sein. Dann wird das okay sein. Und damit hast du auch keine Sorge mehr. Diese Angst vor dem Endlichen, diese Angst vor dem Gehen, diese Angst vor dem, was dann möglicherweise kommen wird. Ja, ich werde sehen, was dann kommen wird. Ich freue mich drauf. Ich bin überzeugt, dass danach noch was kommt. Wenn nicht, dann wird auch das so sein. Das werde ich dann ja nicht mitbekommen. Aber ich bin neugierig, was mich morgen erwartet, was ich morgen sehen, erleben darf oder auch nach dem Tod, was dann möglicherweise kommen mag. Einfach dieses Gottvertrauen zu sagen, so wie es kommt, werde ich damit zufrieden sein und werde ich das annehmen, werde dankbar sein und plötzlich ist die Welt sehr, sehr viel entspannter. Die ist deshalb nicht unglaublich viel besser. Aber du hast sehr viel mehr Kraft, sie besser zu machen, in deinem direkten Umfeld, sich das Gute einzusetzen, dich nicht über Dinge aufzuregen, andere auch zu lassen, wie sie sind, sie zu respektieren. Das gehört für mich auch dazu. Weißt du, gerade wir haben, die wir oft viel kritisieren und uns gegen da und der und was der macht und da die Regierung und so weiter. Aber auch da bin ich an dem Punkt zu sagen, ich respektiere erstmal jeden, auch wenn er eine vollständig andere Meinung hat, weil derjenige ist immer voll davon überzeugt, dass er recht hat aus seiner Sicht. Das muss ich erstmal respektieren und dann kann ich versuchen, mit ihm zu argumentieren oder kann versuchen, meine Argumente vorzubringen. Ich bin nicht mehr, ich habe es vorhin, vielleicht hast du es im Wording gehört, ich bin nicht gegen den Krieg, ich bin für den Frieden. Ich setze mich für Dinge ein und bekämpfe nicht irgendwelche Dinge, sondern ich versuche, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das geht nur, indem du in dir selbst anfängst und erst wenn du in dir selbst den Frieden hast, dann bist du in der Lage, andere zu motivieren, mit anderen friedlich umzugehen, mit deinem Umfeld, mit deiner Frau, mit deinen Partnern, mit deinen Menschen um dich herum und dann auch darüber hinaus. Aber erstmal fängst du in dir selbst an. Die wenigsten Menschen sind bereit, bei sich selbst anzufangen, bei sich mal aufzuräumen. Ich habe das mal angefangen und werde damit zeitlebens auch nicht mehr fertig werden. Ich habe genau zu dem Thema vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung an unsere Zuschauer. Wir hatten ja ein nettes Vorgespräch und du hast auch aus einer Leidenschaft heraus was ins Leben gerufen. Was du, da haben die Augen geklänzt, Dirk, deswegen vielleicht kannst du unseren Zuschauern noch mal erzählen, was du da gerade so als Hobby nebenbei machst. Ich weiß nämlich, dass wir viele unserer Kunden auch haben, die gerne und leidenschaftliche Whiskytrinker sind. Vielleicht ist er für den einen oder anderen was dabei und zählt es als Werbung oder nicht, ist mir egal. Ich mache das jetzt hier, weil ich glaube, dass da Dirk was Spannendes das Leben gerufen hat. Dominik, ja tatsächlich ist es Whisky. Ich bin seit vielen, vielen Jahren großer Whisky-Fan und Genießer und auch Sammler und durch verrückte Zufälle bin ich letztes Jahr im Urlaub in Spanien, in Cherez auf einen kleinen Familienbetrieb gestoßen, der was völlig Verrücktes und für einen Whisky-Fan Sensationelles macht. Nämlich erholt schottischen Whisky oder schottisches Destillaten, muss ja vor allem mit dem Wording sein, nach drei Jahren nach Spanien, nach Cherez, um es dort in alten, bis zu 50 Jahre alten Sherry-Fässern, die die Schotten nicht mehr bekommen, für weitere neun Jahre, insgesamt zwölf Jahre zu reifen. Das Ergebnis ist im Solera-System ein sensationeller, weicher Whisky und ich war so begeistert von, habe mich mit Diego, das ist eine Freundschaft entstanden und ich sage, Mensch Diego, warum das verkaufst du hier, das macht den nur so ganz lokal bei sich, ich kenne kein Mensch, das ist nicht mein Türschild und das ist so ein Wahnsinn, was du machst, das wäre das für die internationalen Märkte, Deutschland, Frankreich und dann sagt er, du Dirk, ich kenne keinen, ich kann auch nur Spanisch und die Freundschaften und irgendwann sagt er, sag mal, was hältst du davon, ich fülle für dich ab und du machst eine Marke und bringst das nach Deutschland und Frankreich und so weiter. Ich habe herzhaft gelacht, ich sage Diego, ich habe da ein bisschen in meinem Bereich, ich komme aus einer ganz anderen Welt, ich gucke mal, was ich für dich tun kann, ob ich ein paar Türen für dich aufmachen kann, aber das andere ist noch nicht mein Bereich, aber wie das Leben so spielt, nach einiger Zeit hat es funktioniert, da haben wir das gemacht und dann haben wir eine Marke gegründet, Sherry Shaw, the Rare Cars Company, das Firma, Sherry Shaw als Whisky-Marke und Diego füllt das für uns ab und wir bringen das auf den Markt seit einigen, ja seit zwei Monaten und die Leute reißen uns das aus den Händen, die erste Sonderedition mit 1400 Flaschen war nach 14 Tagen ausverkauft und es kommt unglaublich gut an bei Profis wie Laien, wir haben einen Riesenspaß dran und darum geht es auch, das wird nie ein Riesengeschäftsmodell sein, wir kommen aus einem Bereich, wo es um ganz andere Beträge geht, die wir sonst umsetzen und das ist wirklich etwas, es ist Friends and Family, es sind Freunde, die gemeinsam was machen und die einen Riesenspaß dran haben und ich glaube, darum geht es im Leben, am Ende, Dominik, geht es überhaupt nicht darum, wie viel Geld du verdienst, welchen Weg du gehst, es geht darum, wie du ihn gehst, wie du mit Freude was machst, mit Freunden was machst, wie du Menschen glücklich machst, Menschen Freude bringst und wenn ich sehe, wie oft diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen, Börse, Politik, da wird gestritten, da wird geneidet, da wird dies und jenes, beim Whisky, da kommen die Menschen einfach zusammen, haben Spaß, es geht nicht ums maximalen Profit, es geht um Genuss miteinander, da gibt es kein Böses hin und her, sondern einfach nur, der schmeckt mir besser als der, aber auch nicht schlecht und es macht höllisch Spaß, wenn man so sagen darf, höllisch, eigentlich himmlisch Spaß, sich mal mit Dingen zu beschäftigen, die einfach nur schön sind und deshalb, ja, die Augen leuchten, das stimmt schon. Ja, ich werde alles verlinken, wir packen es gerne unter das Video, ich bedanke mich vor allem herzlich für deine Ansichten, ich finde es wichtig, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass genau diese Art von Dialog stattfindet, dass wir uns über Themen unterhalten können, mit verschiedenen Ansichten, obwohl wir jetzt in vielen Ansichten die gleiche Meinung haben und ich glaube, die Zuschauer schätzen das, deswegen danke ich auch den Zuschauern. Wir packen, wie gesagt, alle Links zu deinem Whisky, zu deinen Kursen und so weiter unter das Video. Dirk, bedanke mich für die Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns bald gesund, vielleicht bei einigen Marktveränderungen wieder mal treffen, hier in diesem Zusammenhang und damit verabschiede ich mich heute und lasse dir, wie immer, das Schlusswort und den Abschied. Und das gerne bei dem schönen Dram, ne? Nein, also vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, es macht wirklich Spaß, sich auszutauschen und ich freue mich, wenn wir das auch persönlich mal machen können, nicht immer nur über die Kamera, sondern auch vor Ort, vielleicht auch da mit Kamera, weil es passiert einfach mehr, wenn Menschen im gleichen Raum sind, als das nur Bild und Ton übertragen wird. Und deshalb mein Wunsch wieder an euch, nehmt das Leben nicht so schwer, versucht ein bisschen loszulassen, versucht die Dinge etwas lockerer zu sehen und einfach mit dem zufrieden zu sein, was ist, egal was kommen mag. Klar, genießt, wie es ist, versucht die Welt zu verbessern, versucht die Probleme zu lösen, versucht Dinge besser zu machen, aber es sagt, wenn ich es nicht schaffe, dann ist es auch gut, dann nehme ich es so, wie es kommt und dann, ja, läuft das Leben viel, viel angenehmer, man kann viel mehr bewirken, weil man entspannter ist und, ja, wir haben nur dieses eine Leben, dann machen wir es doch so gut wir können. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, das hier loszuwerden, Dominik, und ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ebenfalls und danke, bis dahin, tschüss. Das letzte Interview mit Dirk seht ihr hier, vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren und euch die Links in der Infobox anzuschauen, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. und ich freue mich, und ich freue mich,